Ja, wie badest du? Oder Dusche sogar, ne? Ja. Toilette ist daneben da. Muss man filmen. Das kann ich auch nicht sagen. Ja, jetzt sind wir in der Dusche. Nur mal, oder im Bad. Hier die Zahnpasta. Friesend Wasser. Freien Bad. Zum Duschen, zum Waschen. Nur ohne Spiegel, also mit dem Rasieren. Muss einfach funktionieren. Da kannst du nicht leben. Und hier? Beteilet. Aber, ja, ist einfach fantastisch, dass wir das mal so live sehen da. Danke dir, Ivar. Da wo er hingehört hat. Das finde ich schön. Das macht es aus. Hast du hier? Wahnsinn. Und wo ist der Mann? Der Mann ist unterwegs vielleicht auf dem Feld. Wahnsinn. Guck mal, ein Weg wird gerade gebaut. Ein Weg wird gerade gebaut, ne? Was machst du? Machst du kaputt? Machst du das nicht kaputt, bitte? Machst du. Machst du? Machst du gut? Wann ist die Wiese rausgekommen. Machst du nur? ja er hat großes land da ist der mann ja es wird eine neue straße gebaut ja vielleicht so ein weg damit ein traktor hier kommen kann aber der muss ja hier müssen ja richtig ja da kommt noch es kommt noch hier guck mal reis hier kommt hier raus ja so kommt hier raus es ist jetzt noch zu jung es ist noch flüssigkeit drin wenn du da drückt da kommt sehr weiße flüssigkeit raus ja guck mal eins da kommt flüssigkeit raus oder vielleicht noch keine flüssigkeit ja es kommt ja ya Hai nonsen Anh senang dia tamunya diajak masuk sana senang datang punya diajak masuk sana Manchmal macht er auch schon eine Wanderung für den Sonnenaufgang hier durch die Reisfelder. Warum sind hier so viele Libellen? Was mögen die hier, die Libellen? Ja, vielleicht finden die auch schon irgendwie Insekten zwischendurch, zum Fressen oder vielleicht Pflanzen, ja. So habe ich auch früher zu meiner Kindheit auf Reisfelder gespielt und haben auch die Libellen gefangen, ja. Und haben wir auch schon Libellen gegessen früher. Es wird gegrillt, ja. Ja, und das hat uns geschmeckt. Als Kinder haben wir uns darüber sehr gefreut, ja. So ist gut, Thomas. Du guckst immer deinen Weg, nicht, dass du dann auf den Fels runterfällst. Futter. Du bist der Mann? Ja. Für Futter, so für die Kuh. Aber da vorne hat er so sein. Ja. Ja, so viele Chilis hier. Auch die Bewässerung, Wasser kommt aus dem Berg. Und ja. Ja. Ja, eine wieder eine andere Familie. Bohnen. Ich bin gerade vorbereitet für die nächste Anpflanzung. Thomas läuft vorsichtig auf dem Fußweg, weil man auch ins Fels dann reinfallen kann, wenn man nicht aufpasst. Hast du mitbekommen? Ich habe nur Bewässerung gehört und er wird vorbereitet für dich. Ich habe gesagt, er läuft ordentlich. Konzentriert. Konzentriert, genau. Dass das Wasser alles so schnell läuft, muss ich mir gleich abgehen, oder? Ja. Da hinten ist eine Moschee. Da hört man gerade auch schon die Koranlesung aus den Lautsprecher von der Umgebung. Und in der Umgebung des Ortes sind auch schon einige Moschee da, einige Moscheen. Und in der Umgebung der Umgebung des Ortes sind auch schon sehr gut. Nachdem sie zurück in Deutschland, haben sie den Mann, um die Schuss zu bauen. Vielen Dank. Vielen Dank. Eine Schule von hinten. Vielen Dank.